Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island Riptide Part 27. Wir sind immer noch oben auf dem Baumhaus oder auf dem Baumhäusern. Plattformhäuser sind es ja nicht mal. Ja, eigentlich nicht, aber es wurde ja das letzte Mal so genannt. Ja, ein bisschen übertrieben immer noch. Eigentlich ja. Obwohl, diesmal haben wir hier wenigstens eine Brücke. Naja, wir gehen jetzt zurück zu unserem Boot und hoffen mal, dass der Motor vielleicht noch da ist. Ähm, ist mal unser Boot wieder drin. Ach, da hinten. Ich bin hier schon zu früh runtergelaufen, alles klar. Ja, ja, ja. Egal, dann gehe ich halt durchs Wasser und bringe bestimmt noch ein paar Freunde wieder mit. So, woher noch geht's? Ach, du bist schon... Ja, ich fahr rückwärts, verarsche mich. Hinter dir kommt einer, fahr los, fahr los, fahr los. Und komm weg mit dir. So, zack, 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 zack. Zack, ist weg, alles klar. So, ähm, du bist falsch gefahren. Echt? Ja. Irgendwie ist hier... Sind wir schon da, oder? Klar. Ach, Mensch, das ging ja fix. So, dann schnappen wir mal den Motor. Jupp, hab ich. Und dann geht's rein, ins Häusle. Ja, in unsere... Kann man mit dem Ding nicht rennen. Nee, in unsere Drecksbude müssen wir jetzt rein. Stimmt, Drecksbude hier. Müssen wir bestimmt bald verteidigen, ey. So. Kacke. Ja, wenn ja schon Zauhne liegen, ja. Aber das ist mal ganz cool. Das... Wir haben jetzt erstmal Schusswaffen. Also, das geht vielleicht noch. Ja, wir haben auch haufenweise Kanister hier liegen. Ja, das ist aber wieder gefährlich für uns. Das stimmt. Das stimmt. So. Du, 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 du. Schön gemütlich tragen, ist klar. Wir haben ne Pumpe geklaut. So. Okay. Ich nehme hier gleich noch nen Medikit mit. Nicht so geil, die Waffe. Naja. Was soll ich mit nem Langdolch? Ist dieses Stück von Schuss überhaupt nicht funktionierend? Ja, das ist eine alte Ruskin-Machine. Uh, schön. Ach, ich glaube, von dem Bereich jetzt hier, was wir jetzt machen, die Quest, habe ich schon mal irgendwann in irgendeiner Preview gelesen. Schmeißen jetzt das Ding an, aber das macht halt Lärm wie Sau. Okay. Wow, wow. Oh, okay. Gell ist schon. Versammelt euch. Jetzt wird wahrscheinlich angegriffen. Yo, yo. Na, geil. So. Töte alle Monster. Vor allem Monster. So. Nur gut, dass man hier die Zäune schon angebracht haben. Ja. Hat eigentlich niemand was gesagt, ne? Naja, das war ja abzusehen, war. So. Zack. Komm, Schuss. So, bei mir ist nicht so viel. Guck mal da hinten. Ah, hier wird's eingerissen, ja. Na toll. Schaffst du das? Ja. Ist auch gut, dass wir unser Team schon ein bisschen verstärkt haben, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das bringt dann schon ein bisschen was. Zack. Headshot. Ja, aber nicht genug hier, wenn ich mir das ansehe, wie die hier stehen und zugucken. So. Ah, ich kann das Zeug nicht mal reparieren. Scheiße. Ne, du müsstest, glaube ich, abnehmen und ein neues hinstellen, war? Ah, Gott. So. Kann ich hier so ein Kanister mitnehmen? Da oben wird mir doch ein Zeichen angezeigt. Da oben? Ja, hier sind noch Monster. Ja, weil da noch eine Treppe ist, war? So. Down, ja. Xion hat Probleme mal wieder. Und ich habe keine Energie. So, down. So, ich schmeiß mal... Ach, war schon. Toll, ich wollte den Kanistern gerade noch rausschmeißen. Nach dem Motor hinschmeißen, abknallen, weißt du? Pauz. Schwere Ausrüstung. Sprich mit Clone Sam Harley. Colonel. Äh, Colonel, stimmt. Colonel. Ach, Quatsch. Was ist denn für ein Unsinn erzählt, wa? Ach, kriegen wir hin. Die Minen haben wir schon weggenommen. Och, Militärhubschrauber. Und es gibt einen Spalthammer. Ah, klingt interessant, ja? Geht zurück hier, so schnell wie du kannst. Wenn diese Dinge attacken, während du... Okay. Okay. So. So. Schusswaffen, uns geht's so gut, was der hat. Wollte ich mal sagen, echt, wir sind doch gut unterwegs gewesen. Ja, übertreibt wieder mal voll, der Penner. In 0,0 haben wir das Ding hier gecleared. So. Könnten die ganze Insel aufräumen mit dem Zeug, der jetzt hier rumsteht. Ja, ich bin schon da. Ich dachte mir, ich trödele diesmal nicht ganz so sehr rum. So. Sag mal, ich hab mir noch nicht angeguckt, wo das ist. Das sieht nur gerade aus. Ja, geht ja. Wo ist unser Boot? Ach, da hinten. Geronimo. Zack. So, ich mach mal wieder den Fahrer. Jo. Möp, 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 möp. Scheiße, falsche Daste. Ich wollte eh drücken. Ich muss eh wenden. So. Boah. Hab ich auch scheiße eingeparkt, ne? Nö, alles gut. Ich krieg das hin. Ich kann das. So, naja, an sich nur geradeaus, ne? Da gibt's nicht viel zu manipulieren. Ja. Ah, du hast runtergezogen. Ach Gott, diese Drecksviecher. Warum um mich? Ja, weil du da dran sitzt, deswegen. Das ist, wenn die halt auf deiner Seite sind, können die dich schneller greifen. Versuch schon extra, dir mal so ein bisschen zu umschiffen. Du wirst ja so oft wie ich gar nicht gepackt irgendwie. Ja, wenn ich fahre. Am Motor sitzen. Ach so, ja, wenn ich fahre. Scheiße, ne, hier ist irgendwie falsch, der Weg. Ne, wir müssen ja auch hier runter. Doch. Geh mal runter. Dreh noch mal. Den Rest müssen wir laufen, würde ich sagen. Ach, hier an Land am besten, wahr? Ja. Oh, schön. Ich nehme sie einfach mit. So, weiter an Land komme ich nicht. Das war ein Versuch. Und vor allem ins Wasser komme ich jetzt nicht mehr. Ist egal, hier steht da eins. Alter, was ist mit denen quasi? Sie sind wunerig. Das ist doch mal Schlussverkauf. Bei C und A. Sack. Bei C und A, na klar. So, ein Schläger. Oh, na klar, der wirft noch und trifft. Scheiße, ich bin voll reingerannt. Nein, du, du, nein. Du stirbst nicht. Nein. Du stirbst nicht. Ich, na. Alter, wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn für ein Spawnpunkt, Leute? Ich ertrinke. Ich komme hier nicht weg. Echt? Nein. Nein. Oder? Ich versuche gerade, aber ich ertrinke. Nein. Ich bin mitten im Fluss. Doch jetzt. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war aber arschknapp. Arschknapp. Ich frage mich auch gerade. Wo ist mein Medikit hin, was ich immer aufgesammelt habe? Das große Medikit da. Keine Ahnung. Das ist weg. Oh, hier ist eine Quest in der Nähe. Ich habe Insulin eingesammelt. Bei mir ist eine Quest. Echt? Bei dir? Ach, jetzt ist er aufgeploppt, ja. Nee, bei mir. Nicht bei mir. Ach so. Ah, buddubum. Sammle militärische Vorräte. Vielleicht kann ich es helfen. Siehst du das Supply-Krate da oben? Ah ja. Die hat sich ja auch hier gut verschanzt, wa? Sieht ganz nett aus, ja. Im Gegensatz zu der Frau. Sam B hat Interesse. Das wundert mich nicht. Aber übertreib es nicht. Du bist eh nur ein One-Hit-Wonder. So, was? Ich habe die Quest angenommen und kriege Aufstieg. Ernährungssensor. Sensor? Oh, schwaches Handball. Braucht er keine Sau, ey. So. Was ist das denn hier für ein Lager? Aufzeichnung. Aha. Jetzt labern die wieder. So, hier ist... Ach, hier ist wieder was zum Reparieren. Okay. Na gut, wenn ihr Lager nur diesen einen Hülleneingang hat, den kann man ja noch relativ einfach verteidigen. Ja, stimmt, ne? Legst du ein paar Bomben da vorne hin, dann passt das. Oder ein paar Minen. Ja. Könnte in der Nacht ein bisschen laut werden, aber das passt schon. So. Also ich... Von mir aus können wir weiter. Ja, dann... Mal gucken. So, ob wir hier die Vorräte finden. Ja, ach, wir gehen einfach nach rechts weiter hoch. Wir müssen ja sowieso... Irgendwie den Hubschrauber... Was ist der Mann denn eigentlich? Ah, so. Da hinten ist der Hubschrauber. Wat, bro? Siehst du nicht den großen... Achso, den Hubschrauber. Ja, jetzt ja. Junge, ey. Der ist ja riesig. Geil, den will ich haben. Bist du mal, ich war Panne. Ich möchte fliegen. Aber nicht mehr mit dem Ding, du. Abgebautes Maschinengewehr. Oh, schön. Alter. Müssen wir jetzt abbauen. Gedrückt halten, ne? Wow. Scheiße. Das habe ich jetzt weggeworfen. Und da stehen sie auf. Na klar. Weg da, weg da, weg da. So, mal wegwerfen. Komm da weg, Junge. Oh, verdammt. Nein. So, das war es dann mit denen. Bist du da einfach echt gerade? Pass auf, hinter dir. Hast du dir mal Kopf geworfen, sag mal. Was war denn das jetzt? Ich habe den angesprungen vom Weiten. So. So, komm mal her. Du Drecksvieh. Lass ihn absaufen. Na schön, schön. Acht von 16. Boah, früher auch mal weniger. So, ich nehme mal hier das Ding mit, du auch. Ja, wir sind ja... Erstmal zum Boot bringen, würde ich sagen. Wir sind ja voll irgendwie sicher jetzt. Wir können es beide nicht wehren. Voll geil. Ja, kannst das Ding ja auch mal wegschmeißen. Kannst du es denen sogar in den Kopf schmeißen. Ja, gut. Oh Gott, ey. Was denn? Wenn das Boot uns dann nicht absäuft mit den zwei schweren Teilen hier. Nö, das ist ein Boot, das kann das. Ja. Ja, natürlich. Ein kleines Drecksboot. So, warte mal, wir müssen mal gucken. Was denn? Ob wir richtig laufen? Ja, einfach zum Boot laufen. Immer noch. Ach so, das ist ja geradeaus da. Das ist das Icon, stimmt. Oh, ja. Du hast recht. Ich weiß. Wieso häufig? Macht nichts. Ich würde es trotzdem lieber ins hintere Boot legen, wa? Na ja, stimmt. Kommen wir wahrscheinlich besser weg, ne? So, wie geht denn das? Einfach F drücken, ne? Ja. Okay, ist drin. Das ist ja mal schönes bewaffnetes Boot, ey. Zack. So. Willst du fahren? Ähm, nee, du kannst ruhig fahren. Alles klar. Ich setze mich dann hier hinten. Vor mir zwei Maschinengewehre. Das ist schön, ne? Das gefällt dir. So. Fühlt sich mir sicher an. Wo müssen wir langen? Navigier mich mal zurück. Einfach geradeaus. Ach ja, ja. Warte mal, ich geb mal ein bisschen Gas. Ich hab keinen Bock, dass die uns aufhalten. Und dann ist halt, ähm, ein bisschen abseits davon die Quester, die man angenommen hat mit den Vorräten. So, links, 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 links. Äh, was? Ja, toll. Links, gleich, ja. Ich fahr hier gleich. Scheiße. Oder auch nicht. Warte mal, ich geb mal auf die andere Seite. Kann ich mich besser drehen? So, jetzt. Ähm, okay. Dann die nächste rechts. Okay. Müsste eine etwas scharfe... Nee, war auch schon. Okay. War ich schon, ja. Jetzt geradeaus. An sich. Müsste. Schönen Kopf unten lassen, ihr blöden... Ach Gott. Du treckst wieder. Zack. So, komm mal her, Onkel. Ah. So. So. Zack, zack. Schon geil mit zwei so dicken Geschützen. Na, ich bin gespannt, wenn wir... Wofür, dass wir jetzt nicht reinkommen? Wenn wir... Stimmt, sag. Wenn wir jetzt solche Dinger brauchen, dann frage ich mich, was zur Höhe. Hölle, kommt dann gleich. So. 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 Wo müssen die jetzt? Ach, nach oben. Ach so. So, ich mach erstmal den Zaun hier wieder zu. Ach, wir können uns jetzt aussuchen, wo wir die platzieren, oder? Das ist doch auch cool. Oder brauchen wir mehr? Ähm, nee, da gab's nur zwei. Na, vielleicht gibt's noch einen Hubschrauber irgendwo, weil hier sind vier Punkte. Okay. Vielleicht, dass wir das jetzt taktisch platzieren müssen. Oder man muss es anbringen und dann eh durch die Gegend schleppen, wa? So, wo hast denn du da hinzustellen? Machst du hier vorne? Packst hier oben hin, würde ich sagen. Also nach vorne. Okay, bringe ich das an, nur nach hinten? Find ich da ein... An die Seite geht das irgendwie noch, ne? Hm. Oder ganz hinten, ja. Hier ist der Zaun kaputt. Hier an die Seite? Ja, ich stelle es hier an die Seite hin. Ja, das wird dir die Mordfuckers. Ja. Machst du den Zaun zu? Mordfuckers. So, fest, abgeschlossen. Schwere Ausrüstung. Okay, dann... Wir müssen die Minen einsetzen. Okay, wir sollen wahrscheinlich jetzt gleich noch Minen platzieren. Dann geht das hier wahrscheinlich auch bald los. Ja, aber erstmal... Wupp. So, warte mal. Erstmal hier abholen. Mit Sam Hall, ja. Na, toll. Ich kann das Ding gar nicht mitschleppen, ey. Ja, ich auch nicht. Meiner liegt auch unten. War doch irgendeiner ein Händler, oder? Nee. Die sind ja alle da, ja, ne? Henry Boys Lager, okay. Oh, shit, ey. Wenn wir jetzt in die Mitte gehen, fängt es doch wieder an, oder? Ich glaube, ja. Ich würde es vermuten. Warte mal, bleib du mal da. So. Zoe. Handle mit Zoe. Ja, ist mir egal. Verkaufen. Puh, starke wilde Clown. Die hat sogar was für mich dabei. Mal ausnahmsweise. Ja. Das ist ja schon... ...ne Seltenheit eigentlich. So, warte mal. Ich kann mal in der Zeit... Ach, wir haben ein neues Team-Quest für Pirna. Echt? Ja, nimm mal ruhig an. Die möchte sieben Giftbomben. Ach, nee. Möchte sie nicht, aber die gibt uns das dafür. Acht Feuerzeuge will sie haben. Habe ich vielleicht. So, das war's. Weiß mal nicht, warum ich acht Feuerzeuge habe, aber... Ja, echt. Frag nicht. Die hab nicht mal ich. So, ich... Das Ding kann auch noch weg... ...kaufen, kaufen... Ach, eigentlich habe ich genug Clown. Ich brauche da nicht dauernd irgendeinen Scheiß von der. Vielleicht lieber noch ein Medi-Kit mit. Teamstufe 11 haben wir mittlerweile. So, Pirna. Ach, hier, Porna. Porna. Ja, habe ich nicht. Also nicht genug Feuerzeuge. Soll ich dir mal alle geben, die ich habe? Ähm... Ich kann mal kurz gucken. Warte, ich level gerade. In der Zwischenzeit. Ah. Vieligkeiten. Ja, den Sturmangriff habe ich gerade freigeschaltet. Uh, schön, schön. Wie viel hast du denn denn? Wie viel Feuerzeuge? Inventar. Warte mal, wo ist denn das Questobjekt? Ne, modifizierbar war, weil der Mist, war? Hm, dass das hier auch nicht sortiert ist. Ich habe Feuerzeuggas, habe ich. Ich habe sechs Feuerzeuge. Ich gucke gerade. Vier Feuerzeuge. Ja. Oder? Dann Handel. Handel. So. So, ich kann hier eigentlich einfach meine geben. Oder so. Wenn ich sie jetzt gerade finde, warte, da. So, wie geht denn das? Anklicken. Ah, okay. Ein paar Mal. So, Handel wurde erfolgreich abgeschlossen. Schön, da wird sich Porna ja freuen. Ja, ganz ehrlich, ich will rauchen. Oh, danke schön. So, können wir gerade mal gucken, ob wir wieder was haben von der Porna. So, ich habe jetzt drei Upgrade-Punkte schon wieder. Ja, Porna will wieder was. Chance auf Gesundheitsregeneration. Nehme ich mit. Porna will Titanrohre, glaube ich. Boah, was denn? Sonst keine Probleme. Haben wir die zufällig? Ne, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, ich habe davon bisher noch nicht gehört. Also zweifle ich ein bisschen daran. Stahlrute, habe ich das gerade gesehen. Ne. Ich habe auch Insulin. Wann habe ich Insulin eingesammelt? Irgendwann zwischendurch halt. Ähm, Bom, Bom. Ne, haben wir nicht. Also ich zumindest nicht. Hm. Naja, gut. Was ist mit dem hier los? Pistolenmunition. So, ich habe jetzt sehr, sehr viel schon auf Kampf jetzt geskillt. So, ich gehe mal auch kurz verkaufen. Ja. Bei, wo ist denn die? Ist doch egal. Ach, da hinten. Henry, Henrys Lager. Hm. So, was können wir denn hier alles verkaufen? Fleischklopfer mit Stufe 25. Den kann ich auch mal weghauen. Mittlerweile. So, das Brechhausen haue ich auch weg. Ah, die Nagelpistole behalte ich mal lieber. Können wir eigentlich von der Nagelpistole mal wieder Munition kaufen? Ja, wahrscheinlich, ne? Brauche ich einen Nägel? Irgendwann vielleicht, ja. Ne, Nägel nicht, weil das liegt nicht als Munition irgendwo rum, aber... Okay. Im ersten Lager lag davon sehr viel rum. Ja. Ja. Da sind wir leider nicht mehr. Ah, 27.000. Habe ich mittlerweile. Leck mich am Arsch. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was gibt es denn hier so? Okay, das Essen ist auch gleich fertig. Ah, ja, dann passt das ja mal. Ja. Ist sowieso schon wieder Zeit. Ja, würde ich auch sagen, ne? Wir übertreiben, wie üblich. Wir sind jetzt bei, glaube ich, fast 20 Minuten. Oh Gott. Ja. Ja, verkaufen gehört halt mit dazu. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es richtig ab, glaube ich. Ja. Denn ich glaube nicht, dass wir das ohne Grund hier so krass anbringen, das Toilg. Da kommen richtig ein paar Viecher an, glaube ich. Ja, aber wir sind jetzt vorbereitet und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir hier wieder anfangen wollen, nicht nur irgendwelche Quests nachholen müssen, weil es schon wieder nicht gespeichert wurde. Ja, das hoffe ich auch. Naja, wir sehen uns in Let's Play Dead Iron Reptile Part 28 wieder. Morgen geht es weiter, 19.30 Uhr. Schaltet ein. Und wir sind jetzt raus. Ja, tschüss. Macht's gut. Macht's gut.